So, weiter geht's. Ein Tor öffnen wir und hier war eine Ratte. Immer noch die zweite Aufnahme-Session. Bam. Wo ist mein Feuer hin? Feuer? Feuer? Du, 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 du. Geht das Feuer etwa aus? Das ist erst einmal das Torch zu ausgehen. Wie fies. Ich kann das Licht sehen, aber ich höre Feinde. Okay, bevor ihr Wasserkanäle verlasst, könnt ihr euren Charakter überprüfen. Gut, Jera, ist das klar? Das bin ich. Sternzeichen. Gucken wir nochmal. Wir sind ein mit Magier. Die Frage, ich glaube, ich hatte der Krieger. Ich glaube, das ist immer noch eine bessere Wahl. Weil Stärke heißt gleich Tragen und 20 ist immer gut. Das bleibt der Krieger. Die Klasse. Bleiben wir, Schattenklinge? Oh, da haben wir unseren bösen Affen. Ich glaube, ich gebe ihnen noch mal eben rote Augen. Geht nicht. Ja, dann bleiben sie halt blau. Der Bart ist weg. Das gefällt mir nicht. Wo ist der Bart hin? Der Bart ist weg. So sieht es mal aus, wenn ich alt bin? Boah, ist das hässlich. Boah. Also ich sollte nie... Ich kann mich selbst hier nicht modellieren. Das ist doch eine absolute Scheiße. Gibt hier nicht einen besseren Haarschnitt. Aha. Ich versuche mal eben, weil wir böse spielen, uns mal einen besseren Haarlook zu geben. Den gibt es aber nicht. Ich kann immer einfach den, ne? Ist doch schön. Da fällt schon das Haar aus. Ich brauche noch irgendwelche... Ich brauche noch irgendwelche... Ich vergesse ja immer wieder. Haut. Dann ist offenbar die Hautfarbe gemeint. Ja, passt schon. So, Schattenlinie... Es gibt kein Zurück mehr. Ich bin... Ich habe fertig. Eieiei, ist das laut. Quest beendet. Jetzt könnt ihr eure Weltkarte benutzen, um... Der Sprecher ist gerade nicht imstande zu reden, deswegen werde ich jetzt weitermachen, um direkt nach Korol zu reisen oder ihr schlagt irgendeine Richtung ein und erforscht die Welt auf eine Forst. Viel Glück. Der Sprecher hat sich gerade verschluckt, weil er nämlich vorher was getrunken hat, schnell. Mal kurz den Sprecher fragen, ob es geht. Geht es wieder? Jo, er nickt. Das geht wieder. Gut. Und dann kann er ja wieder reden. So, wir können die Waffe wegstecken. Ich kann auch die... Ach, cool. Das ist Attacke. Was denn? E ist nix. Aber ich kann mal, glaube ich, die Torch... Die Torch-Light ablegen. E ist normal. Gehen und laufen. Ah, ja. So. Wir sollen in diese Richtung, glaube ich, nach Westen. Und ich öffne jetzt mal die Karte. Und jetzt werdet ihr sehen, mit M öffnet man keine Karte. Und die Karte ist scheiße. Das ist das, was das Spiel unter Karte versteht. Das ist das Spiel, was... Das ist das, was das Spiel unter Karte versteht. Koroll. Da müssen wir hin. Das ist dort zur großen Brücke entlang. Obwohl eigentlich die Kaiserstadt vier Brücken hat. Da sind nach allen Seiten hin. Normalerweise es sei denn... Wann spielt Double-Win eigentlich? Und man spielt eh so. Da steht überhaupt nichts. Ihr könnt ja mal in den Kommentar schreiben, ob Oblivion vor oder nach Elder Scrolls Online spielt. Wenn es nach spielt, dann gibt es bei Elder Scrolls Online einen signifikanten... Programmierfehler in der Kaiserstadt. Und zwar... hat die Kaiserstadt eigentlich dort vier Brücken. Die auf die Hauptinsel führen. Und nicht nur eine. So. Ich fahr richtig, ne? Da ist der Weißgold-Turm. Und... Je nachdem, ob vor oder danach, entbrennt hier ein riesiger Krieg. Den ihr bei Elder Scrolls Online miterleben könnt. Ich hätte gerne mal... Nicht nur... Mir fehlt ja hier kein Leben. Ich glaube, ich habe irgendwie keine Regeneration drauf. Hätte gern, glaube ich... Was ist denn das da? Schock... Gibt es irgendwo... Rot... Ah, Schild. Ah, okay. Dann hätte ich das gerne auf D7. Gut. Ich habe Angst vor Viecher. Gut, dann machen wir uns mal auf den Weg. Na ja, überhaupt speichern. Das geht ja zum Glück sehr schnell. Das Wasser sieht schick aus. Es gibt sicherlich noch irgendwelche andere grafische Mods, aber... Man kann eine Engine nicht aufbessern. Also sprich, die müssten das Spiel komplett in der neuen Engine umprogrammieren. Das machen die nicht. Das machen Fans vielleicht. Können wir einen Baum... Hoch. Können wir einen Baum fällen? Ne. Oh, man kann tauchen. Das Tauchen lohnt sich. Man sieht viel. Es ist aber schön, dass ich Diablo... ...Icons unten habe. Irgendwas greift mich an. Zumindest gibt es Kampfkrabben hier. Kaiserstadt-Nordausgang entdeckt. Der epische Kampf. Das Ende. Ah, ich komme die Klippen nicht hoch. Fein voraus. Fein voraus. Fein voraus. Ein eisener Bogen Der ist sogar besser als meiner Den nehme ich also mit Geschnürte Lederhose Ja danke Pelzprostanisch Was haben wir denn hier? 35 15 Hatschuh und Stiefel mit 4 jeweils Haben wir den kompletten Satz Ach gebe ich die gerade rüber? Ah so machen wir das also Man gibt Sachen in eine andere Leiche rein Das ist natürlich sehr gut Dann können wir mal gucken was wäre hier Dann tauschen wir das einfach Alles was wir nicht brauchen Der unoffizielle Oblivion Patch Den habe ich hier direkt in der Tasche Nicht schlecht Er specht Sonst hat er nichts glaube ich dabei Huch wo hat das ganze Zeug her? Das bin ich Wenn ich getroffen werde Sag ich auch immer Ey So ich habe ein bisschen Leben verloren Ich achte jetzt da natürlich drauf Reiterhose bitte Das ist ein 60er Ne 30 30 oder 60 Genau Vier Boah ist ein Kriegshammer Ne Ist das ein Zweihänder? Oh ja Hier ich möchte gerne Zweihänder checken So Was habt ihr denn hier? Ah nix Nix habe ich mir schon immer gewünscht Gehen wir mal hier rein Oh Zeit für Torch Oh So Ach Dach 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 So Jetzt habe ich es Steuerung ist gewöhnungsbedürftig Wurde ich nun mal erwähnen So Da Torches ausgehen Werde ich die natürlich immer mitnehmen Hey Penner Es tut weh Alter Wie mich gerade verjagt Habt ihr glaube ich am Zittern gesehen Ich habe offenbar eine Fall aktiviert Und dann nicht gemerkt Dass die Dann runter kam Hui cool Gold Schleichen Verbessert Schleichen Verbessert Oder der Eisenpfeile Die nehme ich natürlich mit Sonst der gleiche Müll Da ist ein Skewer Versucht zu eruieren Wo hier Gegner sind Da ist einer Wo war mein Bogen Mein Bogen ist weg Ich schleiche mich mal hier ein bisschen durch Das ganze Monster Und Menschen sind creepy Mit der Grafik Eisenpfeile Dolch Eisenpfeile natürlich immer mitnehmen Für den Anfang Ist das ein Elfer Ich habe jetzt ein Zwölfer Wie macht man das? Nacheinander Es kann ja auch sein Dass meine Maus einfach zu schnell ist Dafür Nein ich weiß nicht Mit dem egal So wo war das nochmal? Toll 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 Ich sehe schon Das wird was Ich freu mich nie mit diesem Schlosssystem an Das geht nicht Gut gehen wir mal hier rein Monster Monster Das war nur das Gehle Boah das Ding war Dreimal so groß Zumindest sah das so aus Danke fürs Zusehen Bis Bis zum nächsten Mal 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020